Und jetzt könnten wir auch noch den anderen Prolog spielen. Ashes of Outland. Damit wäre also auf jeden Fall diese Mission. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so schnell durchkommen. Aber gut, das ist nur ein Prolog. Also von daher, jetzt wissen wir also, wie Arthas zum Lichtkönig wird. Geile Musik. Wer zum Dämonenjäger wird, der lässt alles andere hinter sich. Und doch bleiben Erinnerungen. Wollt ihr sie hören? Denn die Geschichte wird oft erzählt. Aber nicht aus meiner Perspektive. Ja, okay. Wollen wir natürlich gerne hören. Deswegen spielen wir sie. Vor Tausenden von Jahren war ich nur ein bloßer Zauberer. Dann kamen die Dämonen. Wir wussten nicht wie oder warum. Nur, dass wir uns wehren mussten. Die Streitkräfte der Legion haben eure Verbündeten besiegt. Ihr seid verloren. Ich mag Herausforderungen. Okay. Verwandlung, Frostblitz, Hippogriff, Griff, Hippop, Pfff. Hyppogreif, Hippogreif, Hi, 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 Hi. Ähm, Verwandlung. Och, wieso eigentlich nicht? Arkan, die Wälder sind überrannt, Illidan. Ich schaffe das schon, Bruder. Frostblitzverwandlung. Feuerschlag hat zwei Mana. Ja, okay. Mit jedem Tag wird euer Widerstand schwächer. Die Zahl eurer Freunde schwindet. Okay. Achso. Euer Hochmut übersteigt eure Macht. Ein Umstand, den ich zu beheben beabsichtige. Ja, der Froststrahl bringt jetzt eigentlich nicht viel. Ihr könnt es nicht leugnen. Ihr beneidet die Dämonen um ihre Macht. Es hat einen gewissen Reiz. Vielleicht. Malfurion und ich bleiben in der Nähe, falls du uns brauchst. Du willst also an seiner Seite kämpfen, statt an meiner. Ich brauche mehr Macht. Ich brauche mehr Macht. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich wollte eigentlich diese hier spielen. Auf zum Schlachtfest. Ich brauche mehr Macht. Fünf Mana. Das war's. Okay. Meine Kriegsgläfen. Diese Kriegsgläfen. Ich will sie haben. Wir werden eure Art von dieser Welt tilgen. Ich werde ungeduldig. Ich bin nur Schwecker. Ich bin nur Schwecker. Wir stehen euch bei. Okay. Der Widerstand kämpft bis zum bitteren Ende. Das war's. Um... ein wirklich netter trick ok ich führe die zwillingsklingen das war es eure zauber sind interessant hee 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 gibt es neuigkeiten bruder azinot ist tot aber irgendwann wird uns die legion übermannen wir müssen einen anderen weg zum sieg finden mal furion schön schön als magier zog ich meine kraft aus dem brunnen der ewigkeit der von königin aschara höchstpersönlich kontrolliert wurde ich erfuhr dass sie hinter der dämonen invasion steckte und uns alle verdammt hat warum soll ich möchte mich ein widerstehliche macht ähm also da hat man ja jetzt nicht viel verstanden von der story ist ein bisschen schwierig von der programmierung her schade ich hätte gerne mal verstanden was er da so gesagt hat na gut ui ok die ziehen wir später noch vulkanischer trank ja ok wir lassen das mal da ich hoffe passfeller man sieht alles ich gewähre euch dämonenclown nutzt sie weise ok warte dämonen dämonen oh oh hat das nicht der barkeeper bob auch immer gesagt interessant so ich kann gerade na gut ich kann niemand darf mich herausfordern ok unser portal ist instabil verstand es und gewinnt die kunst des meisters ok ich werde ungeduldig warum wollt ihr den widerstand verlassen ihr kontrolliert den brunnen ohne ihn bin ich nichts stimmt auf 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 meine angewettete zieht ihn mir vor also ja realität erschaffen sch 105 008 008 008 areang Das war's. Ich hoffe, euer Meister sieht zu. Keine Angst. Er ist ganz in der Nähe. Okay. Das war's. Einst war ich ein Elf wie ihr. Der Meister hat mir viele Gaben verwendet. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Andererreich. Niemand bedroht einen Hupenboden. Jemand verspottet mich. Mehr! Niemand darf mich herausfordern. Oh, fuck. Hebrrrr. Wir kursen über alles. Hör mir den Ruhm vom Königin Azshara! Hey, das ist gemein! Hör mir den Ruhm vom Königin! Ähm... Geht die Meister! Das war's! Oh! Oh! Niemand bedroht eine Hundgeborene! Au! Hey, wir hatten ja schon wieder 30 Gesundheit! Ist halt jetzt zu fassen! Ihr habt den Test bestanden! Macht euch bereit, vom Meister eure gerechte Belohnung zu empfangen! Nein, nein! Eure Zustimmung ist Belohnung genug! Ihr seid der Auserwählte! Äh... Meine Augen! Aber... Welche Wunder ich jetzt sehen kann! Okay, wow! Alles klar! Ich habe die Dämonen studiert und ihr Vertrauen gewonnen. Aber als die Zeit gekommen war, kehrte ich zu meinem verhassten Bruder zurück. Ich brauchte seine Macht, damit wir das Portal gemeinsam für immer schließen konnten! Wir hätten euch niemals trauen sollen! Das war der Fehler eures Meisters! Nicht meiner! Nein, nicht schon wieder Mannerot! Nein, bitte, bitte nicht schon wieder Mannerot! Mannerbrand... Okay... Wau, 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 wau! Okay... Vieles hat uns entzweit! Aber jetzt kämpfen wir gemeinsam! Was ich nicht alles für den Sieg tue! Ach, das ist der Kampf mit... Das ist der mit Illidan! Dann... Äh, ja... Ne... 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 Dann sind wir ja... Ähm... Malfurion! Das ist der Kampf! Da, wo der Brunnen auch ins Spiel kommt! Verstehe! Wenn Sargras auf dieser Welt wandelt, wird eure Art im Staub griechen! Ach, warte mal, den behalten wir! Wir machen mal... Ihr kämpft wie eine Solare! Ich brauche deine Hilfe nicht mal wirklich, Bruder! Ich wünschte, das wäre so! Oh! Ja... Ähm... Ich bin schon dabei! Ich erkenne dich kaum wieder, Illidan! Da ist so viel Zorn in deinem Herzen! Er war schon immer da! Du hast nur nie danach gesucht! Ich hoffe, er passt weiter! Mit dem Bild ist alles in Ordnung! Ich habe drei Mana! Ah, schade! Die Rache ist mein! Das ist prima! Wenn das, äh... gut so zu sehen ist, ist prima! Ja... Wenn das, äh... ... ... ... ... ... Das war's! ... ... ... Na ja! Ach, der ist das. Die Rache ist mein. Das war's. Euer Talent ist hier verschwendet. Das höre ich öfter. Mhm. Okay, das geht nicht, weil ich glaube, auf den Helden kann ich das nicht machen. Ja, ein Diener, ja. Also gut, ähm... Wenn der Kampfnis lebt, spendiere ich euch einen Drink. Erbarme dich! Das Portal implodiert und reißt die Dämonen mit. Alles ist genau nach Plan gelaufen. Ja, find ich auch. Aber du hast uns nicht deinen ganzen Plan verraten, Bruder. Ich habe heimlich eine Fiole voll aus dem Brunnen der Ewigkeit gerettet. Na und? Du verstehst das nicht. Du bist kein Magier. Solange der Brunnen existiert, werden wir niemals sicher vor den Dämonen sein. Du bist zu weit gegangen, Bruder. Also wäre ich jetzt, ähm, nicht intelligent, oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, oder naiv, würde ich jetzt mich beschweren. Das ist ungerecht. Mannarot war mal viel schwieriger. Das war ja fast schon Verarsche. Aber... Es ist ja nur ein Prolog. Also von daher... Aber der war wirklich jetzt relativ... Ich habe gedacht, wenn er ins Mannarot kommt, das wird schwieriger.